Was uns denn nicht stören, ne? Meine Krankenkasse ist aber auch witzig, ne? Wieso? Die wollen jetzt, dass ich den Schreiben wieder zurückschicke. Schreiben, Rückumschlag und so ist dabei. Und was fehlt? Ja und was fehlt? Der Rückumschlag. Boah, was knistert denn da so? Ich hab grad Bonbons aus dem Packung geholt. Oh Jimmy. Die Schokominze. Hast deine Bonbons noch mal drin? Was macht Manu jetzt schon wieder? Schleudert er sich wieder ein? Schleudert. 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 Er quetscht sich da jetzt nicht wirklich die Banane aus, oder? Schleudert. 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 Was denn? Ich hab keine Ahnung, was der gemacht hat. Ruf ihn doch mal zurück. Schleudert. Und dann? Er ist doch gar nicht mehr bei mir oben. Oh. 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 Ich hab ne Antwort. Das kann doch nicht sein, dass er sich jetzt verpisst. Ah, ich kann dir auch eine Ding-E-Mail schreiben. Ich kann ja nichts machen. Können wir ihn auskicken? Kannst du es ja mal probieren. Was war denn deine Schuld, wenn es funktioniert? Danke. Oh. Oh. Hast du es geschafft? Ja. Oh nein. Manu? Warum wurde ich gekickt? Tobi hat dich rausgeschmissen. Manu, irgendwas stimmt mit deinem Spiel nicht. 081. 051. 055. Wie hast du ihn jetzt rausgekickt? Bist du auf ihn draufgegangen oder wie? Ja. Wie du ihn rausgekickt hast. Ich bin einfach auf dieses Kreuz. So ungefähr. Alter Tobi! 0, was war es? 081. Ja. 054. 054. So jetzt. Ich trau dir nicht. Ja. Ey. Wo bleibst du jetzt? Kommst du nicht mehr rein? Da. So. 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 Soll ich nochmal? So. Steven Brown. Geister Event. Crucifix. Räucherstippstände. Okay. Warte mal Steven Brown. Ja. Steven Brown. Steven Brown. Ja. Ja. Steven Brown. Ah. Tschüss. Der Bruder von Charlie Brown. Ja. Keller. Und die Schwester von Snoopy. Steven. Steven Brown. Gib uns ein Zeichen. Das Ding ist im Keller. Wie? Der Geist ist im Keller? Nicht der Geist. Der Stromkasten. Steven Brown. Äh. Hier ist ein Knochen im Badezimmer. Ich komm gleich. Gib uns ein Zeichen. Ah. Meine Nase. Alter. Das wär auch nochmal geil. Weißt du? Allgemeines Badezimmer oder in irgendeinem Zimmer? Okay. Hab ihn. Das ist das erste Badezimmer. Ganz genau. Ich hab eben auch ne Tür gehört. Steven Brown. Oh. EMF 2. Wo? Wo? Und Witcher Brett? Wo bist du? Er schreibt. Wie sieht's EMF aus? D. G. Ne. D. I. Döner Room. Döner. Ehm. 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 2. 3. Dining. Dining. Dining Room. Alles klar. Dining Room! Er ist hier. Er schnappt noch was. Ehm. 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 ein schild wie viele sind hier wie viele geister sind hier ein geist oh er hat ins buch geschrieben hallo er hat ins buch geschrieben lauf buch und mit allen schocken er hat gemalt satt haben die schöne sachen gemalt was ab auch mit dem sturm mit dem geist geisterbuch es ist ein es ist ein uni das wollen wir nicht so ein schmutz so ich bin wo sie fixen geisterbuch ich hoffe das immer hier vorne zu machen habt ihr habt ihr geisterbox ich habe eine wo bist du ich habe UV wo bist du was willst du bist du ein kind wie alt bist du wer hat die kamera hier fingerabdrücke kamera muss eigentlich in der küche sein hab eine ich habe eine machen wir schnell ein foto ok box buch und fingerabdrücke hast du auch ein foto vom buch gemacht ja es ist ein spirit es ist ein spirit ja jetzt hat es als interaktion gemacht statt als buch es ist ein spirit genie ja es ist ein spirit genie spirit jetzt cruzi räucherstäbchen Und da ist der Event. Okay, ich nehm Räucherstäbchen. Also. Buchbox. Die Boombox? Mhm. Habt ihr beide? Ja. Nee, ich hab Räucherstäbchen. Ich nehm auch mal so ein Parambool. Manu, guck mal wegen der Räucherstäbchen Aufgabe. Warte, ich häng hier fest. An der LKP Tür. Ihr ist weg. Alles klar. Wow. Du solltest Tabletten nehmen. Oh, ich hab gepupst. Das will keiner wissen. Gib uns ein Zeichen. Aber vielleicht willst du ja mal schlüpfen. Nein. Okay, da ist gar nix. Hier ist 5. So, was hat denn der Spirit für Stärken? Ich glaub gar kein Gewalt. Gib uns ein Zeichen. Ja, keine Stärken. Leute, mach den Scheiß doch mal aus. Na toll. Gib uns ein Zeichen. Rate mal, was die Schwäche vom Spirit ist. Die Räucherstäbchen. Ja. Kann vorübergehend gestockt werden, indem man den Geisterraum ausräuchert. Loll. Genie. Äh. Haha. Alter. Jetzt kriegst du die Teekanne in den Ofenschädel. Zack. Oh, scheiße. Wir machen. Küchenpingpong. Zack. Zack. Alter, hör auf. Sag mal, was macht ihr da für eine Scheiße? Küchenpingpong. Ah, jetzt reicht's. Da hast du einen Löffel. Und hier. Zack. Ah, jetzt reicht's. Was kann man eigentlich noch so fragen? Äh, wie viele er umgebracht hat. Wie viele hast du getötet? Echt? Das wird zu fragen. Wie viele hast du umgebracht? Hast du deine Szenity schon mal hochgeprescht, Tobi? Wie bist du gestorben? Boah, sowas fragt man nicht. Wie heißt deine Mama? Wie alt bist du? Gäscher, pingpong. Alter, erst 89. Was? Voll der Sack. Oder, nee. Also Oma, ne? Ist ja ne Sie, ne? Steven, oder? Nee. Steven... Irgendwann. Ja, Steven Braun. Tobi! Hä? Mensch, Tobi. Was denn? Hast mit dem Licht rumgespielt. Du Sack. Alter, ich schmeiß... Hä, hab ich gar nicht. Zack. Ich hab hier Salz verstreut, du Sau. Du Sau. Warte, ich stech dich ab. Ahhhh! Malu! Hilfe! Warte, ich... Ich schmeiß Tobi den Teiler auf den Kopf. Zack! Fake your eye! Steven Braun, halt sie fest! Hilfe! Halt sie fest! Steven Braun! Steven Braun, halt sie fest! Nein! Mama! Leck mich vom Arsch, ey! Mama! Guck mir, jetzt mach dich auf, Mann! Arschloch! Na warte, jetzt nehm ich das Messer. Ey cool, man braucht das einfach nur festhalten. Er nimmtabor! Er nimmt das Messer... ...und stech dich nieder! Ah, hilf! Warte, ich schmeiß es dir in den Rücken! Ahm, mach du, Marco! So, wir haben alle den Spirit. Können wir los? Ne1, wir brauchen noch UCFIX. Geni, komm schnell in lose. Ich komme... Scheiße. Hallo, wir brauchen doch die... Alter, wir wollen uns verarschen. Er kommt ja nicht, wenn man zu zweit der Glees ist. Nicht? Sollten wir uns damit? Nee, es schickt den. War doch kein Quatsch. Bist du hier? Nee, du musst fragen, wo bist du? Nein. Aua! Dann schick doch auf! Sag mal. Das kloppt oder was? Meine Fresse. Hört ihr jetzt mal auf? Was heißt mir schon wieder ihr? Kann er hier überhaupt antworten? Alter, der... Bist du hier? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Genie! Nee. Alter, du bist durch die Tür geglentscht! Ja, wohl. Geister Event ist... Schafft. Tobi, du musst Tabletten nehmen. Hier, nimm. Nimm deine Tabletten. Nimm deine Tabletten. Ja, und was ist mit Genie? Die hat doch noch. Sie hat nicht mal mehr 50%. Ja, das reicht doch. Alter. Das reicht. Hä? Würdest du mich verarschen? Guck doch mal, die hat 80%. Nein, was machst du? Da hast du noch eine Arztade. Alter. Du Arsch. Hä? Guck doch mal, die hat 90%. Ja, weil ich gerade Tabletten genommen hab. So. Ja, ich dachte, er hätte jetzt zwei genommen. Nee, ich hör nicht mehr. Uuuu. Buuuu. Uuuu. Uuu. Uuu. Uuu.